hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft apex mit der antonia hallo dem chris hallo und dem pia hallo ja und ich bin hier gerade am bisschen zombie schnitzen um level zu steigen und pia und chris sind irgendwo im nirgendwo an ihrer bahn und antonia baut dann ihr haus richtig gerade scheiße gebaut chris was hast du gemacht unsere dings kaputt gemacht was auswechsen wollte was so ihr bedrofter schien dabei oder gepflegt und die geräusche und spaßige noch so wenig sachen also wir müssen hier ein wahnsinnigen spawner also born ring in der nähe haben deswegen nur du kümmern sich gerade mal uns absperren ich guck mal dass das hier einfach einfach spawnen das ist so übel ich werde zwar nicht die monster suchen oder so aber waren wir hier einfach zum teil nichts mehr spawnen bei uns was sind vier zombies leck mir ab ja hatte ich gerade auch und zuerst bewegt darum schreier ich habe ich noch fackeln dabei ich habe nur zwei fackeln dabei ist aber schlecht es kann nicht sein hier ist dunkel und hier spawnen nirgendwo was leuchten was machst du da wo bist du auf welcher höhe bist du bist lang gegangen bist raus gegangen bist du in das wasser gesprungen ja ja jetzt kommen wir wieder hoch diese geräusche habe ich nur etwas gestört wasser aussieht die strömung ist zu stark ich ertrinke immer noch so wie ein aktes willen zwar nötig um diesen von diesem wasser zu entkommen ein aktes willen sich ja schon wieder so lauter spinnen hier muss irgendwo zu borna sein also ich bin so doof ich muss mich erst an das update irgendwie gewöhnen jetzt habe ich einfach birkentüren gebaut obwohl ich eigentlich eichen türen wollte ja dass das ist jetzt verschiedene türen genau das ist das fand ich auch erst mal erschreckend weil ich nicht daran gedacht habe du als wenn ich bin der unter uns also wer zufällig birkentüren braucht ne sagt bescheid über uns also hier ist ein mistviecher unter uns ist auch noch eine höhle läuft bei uns nicht ah hier seid ihr fucking spinnen ah ok hast du gefunden ihr kriegt von mir bitte schweiz so aber ich gehe auch mal gucken was hier los ist ich höre die nicht ich höre diese alter wie sich das angehört hat gerade eben ok hier ist aber leer bisher noch noch nach dahinten ein skelett ok kann dahinten bleiben das stört mich nicht zombie wo kommst du denn her sieht irgendwie interessant aus ich habe mich etwas verlaufen verlaufen das ist nicht gut ne doch nicht bin wieder da alles gut oh es wird hell boah dieses spinnen alter ja das ist scheiße ich will nur ein bisschen hier schnitzeln und level fahren aber irgendwie kam da gerade so wenig bei raus ich glaube gleich amok was ist los diese spinnen geräusche die machen ja das ist übel ne ich habe warum habe ich denn keine axt dabei meine meine ging gerade kaputt ich muss gerade die ganze zeit mit der hand holzkoppen ach ja warum denn nicht ist doch dort überhaupt nicht lange nee gar nicht gemacht das sieht interessant aus meine spitzhack ist auch gleich kaputt super effekte vorbereitung hier also eins oder einer kann ich ja noch geben noch drei volle ne noch vier alles gut er ist vorbereitet ja ich habe letztes mal mein inventar geleert weil ich das lager noch gemacht hatte und die so viel müll dabei hatte muss schon wieder essen das ist ja unglaublich ich glaube jetzt noch ein bisschen aber ich höre ich höre ich höre ich höre schon wieder die spinnen so erst mal ein bisschen ausleuchten hier draußen wie viel fackeln hast du noch dabei 47 dann gib mir mal eben war man kann machen wo bist du gerade baust du mal aus ich komme zu dir ich bin bei ja dankeschön bitteschön also ein bisschen so ein bisschen ausleuchten muss ich doch mal zwischendurch das ist echt übel das hört sich an wenn hier mindestens 30 spinnen gerade unter uns wären also es gefahren braucht jemanden vier bögen ich habe komplett ganzen bogen dabei ja ich krafte gerade auch welche zusammen keine steine alter wie hast du deine steine verbraucht dabei was zu bauen muss ja komm ich gebe dir noch ein paar freimachen was wir auch gut durchkommen da wo bist du denn da aber drei stecks warum mache ich alles zu bauen muss normaler auch unterlaufen wieso wegen was ja wegen material das ich brauche was los oder wieder runtergefallen ist hier oben ist wieder so eine kleine höhle ja da sind irgendwie lauter höhlen hier ist irgendwie ja hier muss eine riesen höhle drunter sein keine ahnung wir haben immer volles pech gerade weißt du dann werden wir eine höhle suchen dann findest du keine aber wenn du jetzt keine brauchst weil du ja eigentlich nur drum rum bauen willst ohne spaß auch spitzhack kaputt komm her komm her ich hab noch welche komm her mein mum so eine zwei pierre ist heute mein versorger du darfst ja meinen steinversorger alles gut ja ich muss ja auch steine abbauen ich baue herunter also du bist gerade hier noch ja ich habe ja was ich habe noch nichts zugebracht ich baue wirklich nur runter nehm der stein will gerade irgendwie nicht oh nein ich baue mir meine achse aus stein hast du holz ja ein bisschen hab ich also ich hab zwei holz so ich gehst du noch was wasser machen wir vor uns jeweils zwei steinechse ja das ist gut was wir da mal ähm so und kann mit andesid und geht auch nicht ok was denn wirklich du hast mir irgendwie kein lieb zu geben kein cobblestone was und dieses andesid scheißdreck hä mann der spinnt der will keine blöcke setzen hier so eine zwei jo aua ich fall da und runter aber warum bauen wir da keine blöcke setzen ja ich weiß es nicht ich will gerade mein dach bauen aber irgendwie wird es nichts ok das ist aber mein erstes server lag wieder ja schaut fast so aus also deine ping ist voll und ich kann auch abbauen im nether alter ok ausleuchten muss es mal reichen jetzt will da jemand adventure mode vp letztes mal ja passiert oh mami nein creeper alles gut spiel du nervst mich gerade dann relock doch einfach mal kurz monster arme gefunden ja ich hab sie gehört ich versuch's nochmal wow 4 creeper vorm alter hl guck mal alter ich hab vier creeper in die luft geflogen hl ihr habt die nicht mal richtig gehört hier unten also das waren vier creeper die waren mal vor mir standen ey hier ist ja alles in die luft gegangen ja guck mal du kennst doch immer diese aufkänge diese so art treppenartige hochkänge gell ja ich will auf da hohen immer stehen da vier creeper direkt vorm da kommt ein zombie ich dachte nur so okay ich dachte jetzt kommt diese creeper um die ecke ausleuchten ausleuchten aber was wir jetzt hier für höhlen finden ist ja nicht mehr normal ich bin jetzt hier gerade mit zubauen dass wir hier nichts abfacken tut oder so aber das mit dem lieber das war irgendwie scheiße war auch nicht so geplant ich verstehe nicht warum man manchmal blöcke setzt und manchmal nicht aber das problem hat das habe ich auch manchmal sehr seltsam hier geht es jetzt wieder aber mein herz ist unglaublich spiel das bricht hier immer doch hier unten ist jetzt ruhiger wo ich bin soll es spinn imitator werden ich habe mich beim entwickler von minecraft und sagt ich will die neue synchronsteuer von der spinne sein jetzt höre ich wieder zombies da hätte ich ja was anderes für dich da hast du was klicker ja du meinst klicker nicht klicker ich hab klicker gesagt du denkst vielleicht wir hätten es gesagt ach komm sehr ruhig juhu close down ich bin zwar keine level aber egal so welche höhe sind wenn ich sage dass meine steine schon wieder was ich bin ich bin schon auf 17 also endlich was denn steine sind schon wieder leer hier hast du noch warte ich gebe dir noch mal ich habe jetzt gerade dahinten geschmissen hier sind auch noch da sind auch noch 50 wenn du mein tausend minimal zugemült ja meins auch boah ey die powersheet oh gott das wird so eben gestauert ja die powersheet müssen wir auch noch sitzen genau das heißt wir müssen die ganze strecke noch mal ablaufen aber ihr habt euch da ein großes projekt gemacht seh ich schon also es ist ja auch nicht für uns aber soll ich dir mal was sagen ich habe noch nicht ein stack schienen verbraten ich habe auch noch über meinen stack schienen ich habe noch weit über 100 schienen also wir können auch wer weiß wohin fahren wir können dazwischendurch so alte stellen machen mit auf verschiedenen höhen raus fahren und sowas übertreibt doch machen wir noch ein projekt was tausend vollen lang geht oder so so heißt es ist alles jetzt ja ist doch schön dann haben wir wenigstens lange was vom projekt wenn jeder so weiß was er macht oder auch nö da hab ich wieder fast vergessen was denn ja das ist noch so eine kleine das stört mich halt hier nicht alles äh eng wie es sein soll ok boah ich spinne halt auch nicht was ich sag ja unten ist es gerade ruhig aber ich bin jetzt wie gesagt auch bei 13 schon gut aber wir wollten ja eh noch schienen auch noch auf den berg rauf machen oder ja stimmt aber da fände ich noch geiler wenn man außen rum fahren würde weißt du so wie bei bei lukas die lokomotive ja wie heißt das im knopf wollten wir nicht äh mit dieser bahn verbinden aber am anfang dann einfach noch eine verbinden mit seiner zwischenstation oder was ja ja kann man natürlich auch machen dass dann am anfang auswählst wo du hinfährst das heißt mit redstone schaltung und allem quatsch ja ja ich bin froh alter ohne scheiß das wird wieder komplex aber naja gut ich weiß eh schon dass es chris bauen wird die schaltung ja ich kenne mit redstone gar nicht so wahnsinnig aus ehrlich ja im endeffekt steckt dahinter doch digital technik und da gibt es eigentlich eigentlich nicht mehr es ist analog technik okay ja eigentlich ist das ganz normale 1 0 bit ja kann man sehen wie man will aber zwei eilen anderen hintereinander u noch eine nein ich habe jetzt auch zum schluss bei unserer welt sowas gemacht hat ja auch digital technik unterricht ja gut kannst du jetzt benennen wie du wirst es kann auch irgendwie analog sein aber im endeffekt ist es das was du auch in dem digital technik ja eigentlich eigentlich ist es schon digital weil es eben 1 und 0 ist einfach ja ja und dann sind sie einfach Gatter naja end und so weiter genau alter wo schießt die Missgeburt so auf welche Höhe sollen wir runtergehen überhaupt 11 ist halt die perfekte Höhe eigentlich 11 also noch eine Ebene tiefer sozusagen ich werde hier grad voll geschossen von so einem Ding wir sind jetzt hier bei also das hier ist jetzt hier über 13 wo wir ganz sind ja ja genau das heißt hier wäre dann der der Abgang also hier kommt gleich der Bahnhof hin aber hier 11 hatten wir doch ja ja es geht ja auch noch runter achso ja stimmt ok jetzt die 11 sind wir bei 11 11 perfekt welcher ist 11? auf dem Block unten oder? ganz unten ja ok also kommt dann hier der Bahnhof hin der Bahnhof in Form eines Ganges im Moment ja der richtig coole Bahnhof hier guck mal boah das ist so offen was er war nur ja machen wir mal einen Raum hier draus das tolle ist es wird schon wieder dunkel ich weiß nicht ich denke danke für die Information dann kann ich wieder zurückkommen ok ach so ein Nässe das war erst wenn ich das überlebe weil hier irgendwo ein Gas ist und ich auf 580.000 Meter Höhe bin oder hier ist Gold oh ne das ist eher ungünstig komm jetzt keine Lecks mit der Förstung ist keine Zeit muss ich mich hier schnell runter bauen ach nee schon wieder so ein Mega Baum ja da hab ich doch keine Zeit für nein ich hab nur das Gold weg gebaut deswegen aber wir können ruhig einen größeren Raum machen na gut müssen wir nur ausleuchten das wird hoffentlich die geringste Sorge sein aber ich würde dann auch hier unten tatsächlich noch irgendwie also ganz später wenn wir das irgendwann mal dann so automatisiert kriegen dann auch mit dem Lager verbinden das wäre natürlich das Optimum dass er hier was in die Kiste schmeißt und das wird dann automatisch im Lager einsortiert auch noch einsortiert in die wichtige Kiste geht das nicht nur mit Mods nee das geht das geht durch reine Redstone Schaltung oh Gott mit Sortieren ach so stimmt du kannst ja nach Gewicht sortieren lassen und so eine Scheiße oder? nee aber du kannst du kannst Pferd Richter halt aussortieren ja klar kannst du aussortieren du kannst ja musst ja jedes einzelne bestimmen wo es hingeht ja ja das ist das dauert ein bisschen länger das ist nicht ganz so einfach das ist richtig ja mal gucken das ist aber wie gesagt für die Zukunft irgendwann ja vor allem wollen wir natürlich auch dann auch dann mit unseren Häusern anfangen und dann Stück für Stück ich sag mal das ist größte Teil ist ja schon irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt klar bei Wort auch seine eigenen Häuser aber mach ich ja jetzt gerade auch wenn inzwischen da geht es hier wieder zurück jetzt du hast jetzt ich hab vier breit du hast auch vier breit perfekt ja äh minus 165 bisschen ausleuchten ja minus 165 und und irgendwas mit äh ja keine Ahnung wie war das denn eigentlich mit den äh Gängen dann wie wollen wir das dann genau machen mit den Gängen ja das ist noch die Sache also wir müssen ja hier erstmal irgendwie einen Ausstiegspunkt haben ähm und dann muss man halt überlegen also entweder gehen wir auf Hüllensuche dass wir verschiedene Höhlen anfahren können auch ernsthaft oder halt so so Brücken über Höhlen machen das wäre auch cool ja aber wir wollten auch Strip Mining hier Strip Mining hier ja klar das machen wir auch noch ich meine jetzt sind wir gerade auf 11 deswegen ist ja die überlegen ob wir verschiedene Höhlen anpeilen später ja das können wir machen das ist ja dann aber alles noch für die Zukunft also auf 11 wäre es ja im Endeffekt jetzt wirklich nur Strip Mining Gangler ja genau das soll dann dass er sich hier anfängst und dann geht's los ja aber ist es immer noch ist es jetzt schon äh noch dunkel oder ist es schon wieder hell aber es ist immer noch dunkel also es ist gerade erst dunkel geworden eigentlich du machst dann parallel sehr gut ich weiß wie Strip Mining funktioniert ja ne ich wollte nur sagen mit den zwei Blöcken äh dann Blöcke dazwischen und ich wollte nur noch mal sagen weil wir jetzt nicht hier noch äh der Raum noch zu dünn ist alles noch hier so äh und dann hier so mit anzufangen so dann zum Beispiel und dann machen wir das hier genauso müssen wir denken hat noch äh ach so dass du dann dass du tatsächlich drei gänge geschafft ja warte mal juhu ein Skeletz also wie sieht die Zeit aus? die Zeit sieht 19 Minuten und 12 Sekunden aus Sekunden Achterfall also na gut dann muss ich jetzt aber trotzdem noch eben kurz verzögern weil ich den Baum hier noch eben weg machen möchte jedes Mal immer wenn man pünktlich Schluss machen möchte dann Entschuldigung hättet ihr zwei Minuten vorher gesagt dann hätte ich nicht mehr angefangen mit dem Baum hier aber so böse Baum ja der kann jetzt hier nicht einfach schwebend bleiben das geht nicht das ist ein Fantasy Baum ne ne was machst du denn jetzt wieder als Zubaum? ne ich hab nur ein bisschen den Stein ausgetauscht so so Baum bist du jetzt leer hier? ja sieht gut aus noch eben den Kappes einsammeln so okay 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 heißt du bist fertig? ich bin fertig ja dann würde ich sagen kommen wir zum Ende der Folge und sehen uns dann morgen wieder bei Minecraft Apex tschüss tschüss